ja servus liebe freunde liebe freundinnen hier auf dem kanal von mir ja grüß gott und guten tag und seid wieder herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge wir haben die schmuggler wandel gekillt unter verschiedenen versionen die ich in der letzten folge gezeigt habe jetzt weiß ich natürlich nicht ob das es sind ja noch keine kommentare eingetroffen von euch wie denn auch die folge vom letzten mal ist ja noch nicht oben die wird erst donnerstag gezeigt werden während ich jetzt hier an einem mittwoch aufnehme sozusagen in der vergangenheit ja auch geil vergangenheit aber lange rede kurzer sehen lasst uns noch mal irgendwo hin und zwar zu dieser truhe hier die ich bestimmt noch nicht geknackt habe und seht da habe ich noch nicht geknackt so dann haben wir hier wieder ein alchemie tisch und die habe ich eigentlich auch alle gelutet so wie das sein sollte guck mal trotzdem noch mal hier in den ecken rum kann ja sein bei diesem ganzen schaumdiedl schaumdudel der hier oben liegt dass ich da was vergessen habe ach ja hier in der ecke zum beispiel ja die winde da war das gitter vor ja super also haben wir alles genutzt ach ja was wollte ich noch ja ich fange immer hier setze an und kann kommen nie dazu dies auszusprechen also komplett unter den vier oder fünf versionen die ich gezeigt habe habe ich dann halt eben noch eine andere rüstung als eine paladin rüstung auf dann haben sie mich alle verdrescht oder der buch der buchst du denn müller ist noch da mit miesen schlägern rede ich nicht ja und jetzt stellt sich natürlich für mich die frage hätte ich die alle an umbringen sollen nicht zu ja das wird mir natürlich nagur dann irgendwann mal sagen okay lassen wir den müller überleben oder wieder was gibt nix ja das kann ich ja natürlich wissen wenn ich nagur da mal leute nee das ist übel großbauer leuchtturm kloster pass ach ich muss hafenstadt anwählen natürlich so wie war das jetzt noch mal sorry ich bin ein bisschen down and out mit nagur reden ich bin hier wieder falsch das ist doch hier nicht das ja das ist matthäus allerlei ob das denn so musste dann bleibe ich an diesem dings hängen das denn so musste dass sie dann irgendwann mal bei der fünften version oder bei der vierten version schon irgendwie total völlig aggro aggressionslos waren und und ich sie trotzdem hätte sowieso alle killen müssen weil sie in der tarn rüstung die ich hatte ja besten erst mal hier hingehen in der tarn rüstung die ich hatte nachdem ich mit dem boss gesprochen habe sowieso alle aufeinander losgegangen sind nicht nur auf mich sondern auf alle anderen oder nachdem ich das irgendwie nachdem die erste flucht gemacht habe und mit eine bessere rüstung diese paladin rüstung angezogen habe dann plötzlich nichts mehr gemacht haben und ich sie dann trotzdem gekillt hatte war das jetzt ein fehler oder nicht das frage ich mich aber hier ist ja noch der nagur und apropos rüstung das werden wir natürlich eben schnell ändern naja hier habe ich noch sachen die ich hätte öffnen können ja so dann nehme ich mal diese crunchy rüstung die ist jetzt ein weiter runter gesackt ja ich speichern mal denn der big bobbin boss boost hat ja gesagt so von wegen der helder den würde er mir nicht unter die nase reiben so nagur ist jetzt nicht mehr hier das heißt es hat sich irgendwas getan vielleicht war es doch derjenige der da im sessel saß tatsachen ich bin gespannt ende und jetzt bei bambo nochmal vorbeigucken ist die große frage mach ich mir doch vorher lese ich mal was hier noch steht und da erfüllte missionen treffen mit dem boss boost ist der anführer der schmuggler zu dumm nur dass er mich jetzt entlarvt hat oder dass er mich entlarvt hat ja da steht auch noch was mit bambo ja er sagt nix dann gucke ich noch mal unter der diebeshilde da habe ich glaube ich noch nicht geguckt so boost ist der anführer der schmuggler jetzt muss ich nur noch herausfinden wer der helder und werde informant bei der milize ist doch darum muss ich mich später kümmern da ich mich zunächst gegen die schmuggler verteidigen muss ich werde wohl boost und die schmuggler töten müssen glück ich bin da bei der letzten folge aus zeitgründen nicht dazu gekommen da noch mal rein zu gucken und jetzt jetzt sind wir schon mal auf der sicheren seite also töten müssen vielleicht aber finde ich ja später noch in bus taschen einen hinweis auf den helder möglich dass es auch in seinem haus hinweise gibt bus wohnt in der oberstadt und zwar in dem haus mit dem torbogen gegenüber von dem raum wo sie waren tagsüber auffällt ich habe heute meine lippengymnastik noch nicht gemacht die sollte man immer früh morgens machen mit mal ein bisschen deutlicher sprecht doch gerade für sprecher ganz ganz guter tipp ja dann gucke ich doch mal nach in meinen schriften und in meinem inventar ob ich da noch so einige sachen zu lesen habe fangen wir mal am besten ganz oben an und ich schalte mich wieder immer dazu wenn ich was gefunden habe unterschriften habe ich leider nichts gefunden was ein hinweis ist von bus selber und speziell jetzt gucke ich mir noch die anderen sachen durch ich muss ja noch kisten öffnen und sowas lederbeutel öffnen gold sammeln weiterhin zwei schlüssel habe ich ja aus den taschen von bus raus geholt und zwar den tür schlüssel von buses haus buses haus und schlüssel von buses tour bus ja dann werden wir mal hin müssen schön cool dann machen wir das mal wieder per auf in stadt sind wir ja den könig ja und geht es dann da oben hoch in die genau richtig in die in die obrigkeit ins obrigkeit viertel so buses haus war ja hier in diesem zwischengang drin ach ich habe noch gar nicht abgesprochen liebe freunde das werde ich jetzt mal auch machen ich musste nämlich extra noch meine folge angucken was ich nämlich aus seinen taschen rausgeholt habe also noch mal meine eigene folge gucken was habe ich dem bus alles abgenommen ist mal gut wenn man das aufzeichnet so ich war ja schon sowieso hier haben ja auch und so einiges ach wisst ihr was einiges gelutet hier aus seinem haus erstmal hier ein bisschen schlafen tun es ist desto enger umso schlimmer mit der kamera und kann man leider nichts machen ist halt ebenso ich liebe ja so enge sachen hier wir hatten ja hier wir hatten ja hier sowieso diesen schalter hier betätigt aber buses haus buses truhe sind wir hier hochgekommen du kleiner mieser schnüffler das solltest du büßen schon wieder eins von diesen biester bis den scorpio habe ich den shit so das war's mit dir du mistvieh äh ja mistvieh ne moment mal scorpio ist ein mistvieh weniger äh wen habt ihr denn jetzt damit gemeint den scorpio weil sein name sich ableitet von scorpion was hast du denn da alles bei rolderbrot fisch laborwasserflasche gold gut okay muss noch mal ein bisschen was futtern hier die schwache rüstung an die knusper rüstung wie so zu sagen pflege gut was der jetzt hier gemacht hat der scorpio was was schwebt denn da eigentlich immer ist das was zum looten oder ist das irgendwie naja okay wollen wir mal weiter zur truhe gehen und ist denn das hier noch äh jawoll haha da sind nämlich die hinweise also nachricht von gerbrand aha ich ach der herr gerbrand mhm notiz von bus oh ein paar kelche kanalisationsschlüssel von bus okay das ist natürlich für die tür bestimmt unten äh ja nachricht von gerbrand notiz von bus das müssen wir uns jetzt mal anlesen so erstmal die notiz von bus erschlossener aha der mist kerl will mir immer noch nichts verraten ich werde ihn wohl aus dem weg schaffen müssen bevor ihn jemand entdeckt und befreit ein außenstehender wird nicht so schnell den geheimen raum in der kanalisation finden nach so dann ist der schlüssel dafür was anderes aber es ist nicht auszuschließen dass ihn einer unserer leute befreit ich habe zwar den raum verschlossen und den schlüssel hier in der truhe versteckt aber man weiß ja nie okay es gibt noch einen geheimen raum in der kanalisation den bestimmt wir aus der alten gothic version also aus dem originalspiel kennen gucken wir mal weiter es gibt ja noch was anderes da muss ich dann mich auch einschalten und zwar die nachricht von gerbrand hey boo solange die orks corines besetzt hatten konnte ich nichts verkaufen aber jetzt wo die paladine die grünpelze wieder vertrieben haben grünpelze werden wir gute geschäfte machen ich kenne manchen reichen händler den wir noch ausnehmen können gerbrand was hat sich denn da hier noch dazu getan der verschlossene raum ich habe eine notiz von buß sowie einen schlüssel für einen verschlossenen raum in der kanalisation gefunden es scheint sich dort irgendein gefangener von buß zu befinden ich sollte nach diesem suchen jetzt habe ich leider nicht geguckt was jetzt mit dem gerbrand brief ist da gäbe es nämlich auch noch was vielleicht hieß es ja die liebesgilde schade das wird immer so schnell überdeckt so ich habe einen brief gefunden der beweist das gerbrand also was doch mit der diebesgilde zusammenarbeitet das dürfte wambo sehr interessieren bedingt kaool ich musste dann sowieso ich habe jetzt hier wieder ein paar suppen gegessen hätte einfach bis abends schlafen können dass ich dann wambo mal um 8 wieder treffen kann gut okay egal wir haben noch genug krams irgendwann mal hat man so viel gesammelt ach ja dass man nicht mehr was kaufen braucht oder also jedenfalls keine getränke ging es denn hier nein hier ging es nicht zum zur höhle das ist ja echt voller überraschung schön hat auch ein bisschen was von nick knatterton zu tun so so ein uralter detektiv aus den 60ern als comic mit einer extrem krummen nase und jetzt überlege ich soll ich als erstes hier mal runtergehen und nach dem raum suchen also nick knatterton habe ich als kind sehr gerne gelesen also das comic auch und ja ich finde das gut dass diese modifikation nicht nur irgendwie gerichtsgeschichten hat sondern auch ihr sollte kombinieren detektiv eigenschaften hat auch also ich finde es gut ich speicher mal weil ich sehe da hinten wieder gut bekleidet und das ist natürlich der mike hey sagt er was er sagt nichts die wollen wir nicht an die kragen wenn gar will mir auch nicht an den kragen mit dem buch gut drauf hier er kann mir sogar geschick anbieten jetzt gehen wir noch mal hier rüber jetzt ist dann da auch wieder der herrnagur da da passiert auch noch nichts jetzt will ich wissen wo dieser versteckte raum ist hier habe ich ja sowieso alles ausgebaut hat versteckter raum in der kanalisation welcher könnte das seien hier nein ok ich kann mich natürlich dumm und dusselig suchen ich habe keinen hinweis gefunden in den zetteln in den beiden notizen und von buß seiner geschichte wo hier so ein geheimer raum ist ich würde doch vorschlagen ich gehe hoch zu wambo und spät haben wir es da 10 uhr 2 gehe ich wieder hoch und und treffe mich erst mal mit wambo und das werde ich dann natürlich springen na da ist er ja schon wieder ja wambo ich habe was neues zu berichten hoffentlich kannst du mir ein paar tipps geben ich kenne den bass ich kannte ihn ich habe in der schmugglerhöhle den boss der diebesgilde kennengelernt wer ist es der bürger buß was ein händler unserer stadt ist der anführer der schmuggler wir müssen ihn sofort verhaften ich kannte ihn ja nur nicht nötig buß hatte mich entlarvt und es gab ein kampf in der schmugglerhöhle er ist tot dann sollten wir uns jetzt um den rest der bande kümmern wir müssen unbedingt erfahren wer der hauptähler ist und herausfinden wer von unseren männern der diebesgilde hinweise gibt auch den namen des helers kennen wir ja ne ich kenne den namen des helers na jetzt bin ich aber gespannt wer ist es der bürger gerbrand hier ist der beweis interessant du solltest diesen brief lord andre zeigen ich bin mir sicher dass er dir den auftrag geben wird gerbrand zu verhaften ah ja okay interessant also wir haben ein paar neue einträge bekommen und zwar erst mal gucken wir mal hier diebesgilde die ist immer ganz unten habe ich doch jetzt irgendwie da unten ist sie noch so mitgeteilt dass bußetod ist wammbo möchte nun dass ich den rest der bande kümmere ich kümmere mich am besten erstmal um den heler und den informanten ich habe wammbo mitgeteilt dass der bürger gerbrand der wichtigste heler der diebesgilde ist er bittet mich den brief lord andre zu zeigen bevor ich aber gerbrand anzeige sollte ich den spion bei der miliz unschädlich machen sollte ich den spion bei der miliz unschädlich machen kopf kratz naja ob sich das auf den herrn gerbrand deswegen war er immer so arrogant scheiße herr gerbrand naja ok gucken wir mal ja gut ok wieder gemütlichkeit ob das herr gerbrand mit spion gemeint ist sollte ich ihn als erstes mal angucken antesten oder oder wie oder was so hier ist wer ein bisserl heller dort andere ist da oben soll ich ihm erstmal den brief zeigen oder was oder wie oder wie oder wie oder was ok wenn ich schon hier bin dann mach ich das mal da ist dann dolo wieder ein glück der hat sich ja gar nicht bei dem bei der letzten überfahrt mit beteiligt der ist da stehen geblieben das ist ja cool so andrechen ist bestimmt hier übchen nach oben die türklinke sollten wir auch mal benutzen ne 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 mach doch nicht hier den hocker dreckig gerbrand anzeigen sollte ich ja nicht machen ich sollte ja zuerst den spion unschädlich machen stand ja da auch explizit ja ich wollte natürlich nur mal testen ob herr andre ob herr andre auch noch was neues hat also dann gehen wir mal stopp mal auf so griechen wir runter er hat doch hier so ein luxusbett ne doch nicht nein erstmal eine runde schlafen und Herrn gerbrand besuchen oh er ist da für den könig das ist nicht gut da gibt es der lord andre nicht in den knast da bin ich mal gespannt es gibt also noch zwei dinge erstmal den herrn gerbrand ausfindig machen um zu gucken ob er als spion gemeint ist und da müsste er normalerweise irgendwo hier mit seiner frau sein da war doch irgendwas war das hier ja ich funktioniere noch ein bisschen dann schauen wir mal hey hey lass mich in ruhe hey lass mich in ruhe hey so gerbrand wir erinnern uns wir hatten ja noch mal eine quest gehabt die hieß der verbannte nein falsche taste und ich weiß diese mission habe ich erfüllt so gerbrands frau ist mir bereit den goldteller da ging es um den goldteller ähm lord andre habe ich bewiesen dass fehlern unschuldig ist ähm was steht hier noch allerdings wird er nicht gerne hören dass gerbrand straflos ausgehen soll zunächst aber sollte ich lehmer seinen goldteller zurückbringen das habe ich auch gemacht da steht ja hier und der letzte eintrag ist ich habe fehlern mitgeteilt dass das urteil gegen ihn aufgehoben ist also damit ist also bewiesen dass ich hier ja hey und dann sagt er dass mich in ruhe was soll ich denn jetzt machen solchen jetzt aber das ist doch nicht gut verstehe ich jetzt nicht ach was soll's weg mit der waffe sie auch er guckt noch alles zu keiner oder ich verpasste eine du bist ja gar nicht so dumm wie du aussiehst ja gerbrand immer noch nichts muss ich im ersten option raus prügeln der dialogoption weg mit der waffe ich warte mal was passiert weg damit oder ich verpasst die eine ja dann mach mal ich habe ich gewarnt ok ist lustig wer kommt denn noch alles kommt noch jemand hinter mir her machen wir das mal hier im außenbereich vielleicht sollte ich mal auch ganz schnell meine rüstung wechseln so sind die so clever und kommen hier mit hoch nee ok so erstmal hier die rüstung holen genau da oh ok die lebt noch oh die hat gar keine waffe ok so was hast du nichts so was ist mit gerbrands frau die hat ein bisschen was abfüllt euch bier wacholder zu 150 gold so dann wach mal auf und ich hoffe dass du weißt warum ich die eine genutzt habe genockt habe wach mein schädel auf einmal hat er peiltrank so warte mal mit üblen schlägern will ich nichts zu tun haben ok sagt die das auch warte mal du bist ein brutaler schläger mit dir will ich nichts zu tun haben aha also das hat erstmal nichts gebracht ähm habe ich einen vergessen spruch ups vergessen einzustalten ja ich habe einen gegessen spruch ähm jetzt pass mal auf kann ich ihn im gehen vergessen lassen oder soll ich warten bis er sich da wieder positioniert hat es kann natürlich sein dass ich das ganze wieder ähm wenn es nicht zu erfolg führt dass ich das ganze nochmal den spielstand ab der stelle wo ich vor den beiden stehen neu einladen müsste gerbrand gerbrand da 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 so beschwert sich einer hier steckt die magie weg so positioniere dich da mal hin warte mal ich spreche ihn erstmal so an hey mit üblen schlägern ok ok hey lass mich in ruhe auch nicht haha ok muss ich nochmal neu einladen so alter spielstand und äh immer noch dieses hey also es hat sich nichts geändert jetzt gehe ich doch nochmal zur kanalisation runter und gucke mal ob ich da diesen versteckten raum finde also bis dahin und dann könnt ihr mal noch äh naja eine antwort drauf schreiben warum gerbrand keine gesprächsoption mehr hat ok wir sehen uns nachher wieder tschüss so aufmachen mal von der anderen seite kommen nicht immer nur von hannah aus und wen haben wir denn jetzt da zu stehen ach da ist truman ok aber der hat auch nichts zu sagen hehehe truman oh truman so jetzt gilt es hier natürlich hier jeden Winkel jede Ecke abzusuchen ob es hier irgendwo hier gibt es auch so rückige na wie heißt das Ringe die man ziehen könnte aber das sind ja alles nur Texturringe so wie ich das hier sehe ok ich melde mich dann falls ich den Raum gefunden haben sollte ne so und jetzt kommt der Knaller jetzt kommt echt der Knaller ich weiß ja noch aus dem Originalspiel diese Tür ging nie auf das war einfach nur so eine Textur also eine Texturtür und jetzt auf einmal geht die auf also soweit ich das noch in Erinnerung habe denn ich wüsste nicht dass jemals schon eine Tür existiert hatte ja Pestratten die ähm ok ach ja shit die jemals in Funktion war also ja muss man auch mal drauf kommen wie schon gesagt man muss alles ausprobieren hier ist alles anders nicht einfach davon ausgehen ja ist ja wie Gothic 2 nach das Raben ne ne die Macher haben sich wirklich was Gutes einfallen lassen und schaut einmal das hier an so Pesträdchen und es gibt auch hier wieder jede Menge Lootgut Eisenerzbrocken schön noch mehr über uns ist Fellern ne herrlich müsste sein dass das Fellern ist so ähm hier noch irgendwie was nein erstmal den Boden angucken wachholdern dann gibt es hier noch eine leere Wasserflasche hier gibt es noch Laborwasserflaschen zum Tränkebrauen Moment mal wir sind nee wir sind über über den Herold wer hat denn da jetzt was erzählt so die müssen wir knackern mal gucken ja das hört sich gut an echt wahr auch gut auch gut noch mal gut auch das war eine kurze Kombination die Truhe haben wir sehr schnell geknackt nicht wahr jetzt war die echt leichter zu knackern also wer die schweizerische Schokoladenwerbung kennt der dürfte sich an meine Sätze eben erinnert gefühlt haben ja ähm jetzt kommen wir hier irgendwie nicht weiter also wenn diese Tür schon irgendwie hier diese Tutorial Text Tür hier das ist ja im Grunde genommen das ist ja nur eine Textur gewesen gab es die im Originalspiel aber das das macht mich jetzt echt neugierig das Originalspiel mal einzuladen und mal gucken was dahinter ist oder das ist neu gebaut von äh Karim und und äh Black Pirate gut ähm gucken wir mal auf versteckte Hinweise so soll hier die in der Wand sein Moment ups duuuu unterscheidet sich aber sehr von den anderen was geht nochmal runter glaube ich ziehe nochmal eine bessere Rüstung an nachher kommen noch irgendwelche anderen Schergen auf mich zu lalala spannend ach wisst ihr was ich gehe mal gemütlich runter wow ich könnte mir echt in den Hintern beißen warum ich nicht mehr mit Blender mich beschäftigt habe also mit 3D ich kann das nur ein bisschen ansatzweise weil das verleitet mich jetzt wieder zu modellieren äh perfekt Leute das ist der Hammer das ist ja wirklich ein Verlies hier und mitten im unterhalb noch vom von der Kläranlage hätte ich beinahe gesagt Kanalisation ach schaut mal eine Kiste mit Proviant die es hier aber nicht mehr weiter gibt das sieht so aus als würde hier jemand hausen oh Leute ich muss leider Schluss machen für die Folge bis zum nächsten Mal schreibt mir einen Kommentar und äh gebt mir einen Daumen dann gucken wir was wir hier noch alles finden hier in diesem Tropfen dann verließ hier macht's gut tschüss